Dann hat sie die zwölfstellige Summe erreicht, so. Ach so, man kann früher was dann abgeben. Nee. Warum das denn nicht? Ich bin immer nett zu dir. Ja, 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 du hast mir gerade rote Zahlen gewünscht. Habe ich gar nicht. Ahem, Husten. Mein Gott. Wer hustet? Wie unprofessionell. Ich kotze auch mal eben, ne? Okay, das ist ja natürlich noch kultiviert. Er will uns töten, Christian. Was tun wir dagegen? Erstmal was gegen den Herzschrittmacher machen, den er im Herz hat und so. Er hat einen Herzschrittmacher? Da meine Elektrizität ihn nicht umgebracht hat? Nein, glaube ich nicht. Glaube ich nicht mehr dran. Dann tue ich mal was dagegen gegen sein Fett. Er ist auch nicht fett. Wie kann dies sein? So viele Möglichkeiten. Wir haben alle Möglichkeiten. Sind wir durchgegangen. Ja, selbst überhitzt ist er nicht. Yay, Mana tanken. Danke, Mana mit Ruf. Ich kann nicht doof in der Gegend rumstehen. Ja, ich tanken nicht so. Ich kann nicht doof in der Gegend rumstehen. Ich kann sagen, ich tank Mana, auch wenn ich voll bin. Er kann meinen Tanke Mana mit mir Song übernehmen. Yay. Hättest du mir einen Copyright darauf kaufen sollen. Dafür hast du nicht das Geld. Ich weiß. Aber ein S. Ey, cool, du hast ein S. Yay. Hast du das denn hinbekommen? Ja, stimmt. Ich habe Pause gemacht. Ja, ich hatte ein Combo. Mal ein S. Ich habe dir die Gegner mal leben lassen. Ja. So, die Hose kann ich erst ab Level 8 anziehen. Die ziehe ich auch. Jetzt kann ich zwar erst ab Level 8 anziehen, aber die ist besser als meine. Das ist eine Shang-Waffe. Und die kann ich auch erst ab Level 8. Nein, Level 8. Ja, wir bekommen voll viel Level 8, Dinger, ey. So, jetzt müssen wir noch ein paar Räuber umbringen. Weißt du, was mir gerade einfällt? Wenn. Ja. Wir waren doch damals, als ich gesagt hätte, auf meinem Laptop funktioniert das nicht mehr, ne? Ja. Wir waren doch genau hier. Ja. Wir haben uns nicht gesehen. Ah. Jetzt bin ich an meinem PC und wir sehen uns immer noch nicht. Äh, wir müssen Fluchtlinas sammeln. Habe ich bereits fertig. Ich nicht. Ich bin... Noch mehr Level 8 Items. Ich muss jetzt mal... Ich muss jetzt mal... Ich muss jetzt mal... Ich muss jetzt mal... Da, Seite, die. Hi. Ich spreche mal mit Hoffmann. Hofer und Wollt bist du schon, dann... Dann mache ich das jetzt auch. Dann, dann, dann... Ich habe irgendwas freigeschaltet. Und ich konnte es nicht lesen. Ich habe... Oben oder unten. Moment. Oben ist zu lange. Unten. Mitte. Warum hast du mich überholt? Ah, jetzt bist du hinter mir. Ja. Ah, F5 drücken zu viele Menschen. Ich vergesse mal. Haben wir Cresks? Nein, kommen noch keine Cresks. Es sind noch keine Osten-Level-Level-10. Ja, ich weiß. Erstens für den mickrige Level 8. Nein, in der Sieg. So, bist du an der Gedenk... Oh, Moment. Das sehe ich ja, wenn du dann da bist. Ja. Warten. 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 Wir müssen gestohlen in Wienstände. Ich sehe dich übrigens immer noch nicht. Ich kann daran liegen. Es gibt ja mehrere Dinger da. Ja, klar. So. So, bei mir hat der jetzt natürlich nichts gedroppt. Drück mal auf mein Bild rechts. Ja. Irgendwas... Einziehen, flüstern, handelt eine Frage. Okay, nichts, was dich zu mir bringen könnte. Wir wollen, weil wir nicht droppen, Christian. Ich hab schon drei. Sorry. Vier. Kennt man ja. Wollen wir nicht droppen. Ich hab ja erhöhte Drop-Chance, auch wenn ich mir das nie gekauft habe. Ich weiß, einen Moment mal kurz. Nein, ich werde keinen Moment warten. Warum akzeptieren die Leute das nicht, dass ich nicht warten will? Fünf. Was war los? Nix. Ich bin übrigens immer noch nicht fertig. Hoffmanns Vertrauen. Sprich mit Hoffmann. Yay, jetzt hab ich den ersten. Und, wollen wir jetzt die Feldpest komplett zu Ende machen, weil es gleich eine wiederholbare ist. Direkt. Erstmal wartest du, bis ich fertig bin. Okay. Ist ja in Ordnung. Eich hab ich die jetzt gar nicht gelitten. Schlechter. Ja, das Zweite hat gedroppt. Ja. Ich brauch keine andere Kraft. Das ist das dober. Als, äh, 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 Elementarmagierin nicht. Nein. Ich brauch hier keinen. Ich muss ich warten. Ja, die Drecksdinger wollen immer noch nicht droppen. Ich hab erst die Hälfte. Warum droppen die bei mir nicht? Ich muss Level 9 sagen. Äh, für Level 10 muss man für den nächsten sein. Äh, für 9 für den nächsten Buff. Ich kann in der nächsten Level-Up einen Buff lernen. Echt, du kannst mit Level 9 noch lernen? Kommt sehen. Ich wollt schon sagen. Beim nächsten Level-Up. Oh, halt was, ich bin fertig. Ah, ja, ich bin ja Level 8. Ich hab schon gedacht, ich bin 9. Wann ich jetzt mit Hoffmann reden? Ich komm jetzt nach Hoffmann, ja. Ja. Okay. Ich hab mit Hoffmann geredet. Ich bin, ich fühle mich voll außen. Nachtwald, mindestens normal. Ab dort gibt's doch sicher Quests. Das Schön ist, man kann überall Dungeons starten. Gibt es Quests? Gibt es Quests? Guck ja nach. Äh, nö. Nö? Nö. Okay, dann auf zum Feld. Komm auf zum Feld. Ach, und wir machen jetzt Feldquests. Genau. Ah, einmal zumindest. Kommst du. Stimmt, ich kann ja auch eine Freundschaft. Ah, ne, hab ich schon. Okay. Wir sind schon Freunde. Ja, ich hab's vergessen. So. Wir sind beide auf Magie angefrippt drin. Ey, jetzt zähl ich nicht. Ey, guck mal. Endlich sehen wir uns mal. Dann können wir doch endlich zusammen die Quest machen. Ich finde es auch demnach, dass Leute in der gleichen Gruppe nicht in derselben Karte landen. Ja, klar. Ich hab schon zwei. Hm. Drei. Vier. Ich zähl einfach mal weiter. Nein, ich hab drei nur. Ich hab vier jetzt. Fünf. Fünf. Sechs. Hm, jetzt hast du für mich weitergezählt, obwohl es nicht stimmt. Ich hab aber sechs. Kannst du es beweisen, hast du Videomaterial? Ich kann dir einen Screenshot von machen. Entschuldigung, jetzt hab ich sieben. Das siehst du schon wieder. Kannst mir nicht... Ach. Alter. Jetzt wird es aber langsam lächerlich. Neun. Also, so geht eine Feldquest, sollte man vielleicht erwähnen. Ja, das ist voll asozial, wenn man es selbst bekommt. Und alle Feldquests, die ich bis jetzt gesehen habe, sehen ungefähr genauso aus. Ja. Ich hab bisher noch keine andere Feldquest gesehen. Es gibt ja nur Dropquests. Okay, ich bin fertig. Ich noch nicht. Ich bin mal so frech und schließ die Quest gleich ab, dass ich direkt weiterklammeln kann. Bin übrigens Level ab. Aber mir ist da eigentlich dann jemand mit Hoffmann reden. So, mit Hoffmann hättest du schon reden können. Bin immer noch nicht fertig. Ich hab schon meinen ersten wieder. Wir fehlen immer noch. Er spawnt einfach mal vor uns. Vielleicht hättest du doch nicht abschließen sollen. Ich hab zwei. Ich hab immer noch acht. Vielleicht hättest du... Drei. Vielleicht hättest du wirklich nicht abschließen sollst. So, fünf. Ich hol dich ein, Christian. Super. Raven, du bist scheiße. Wirklich. Das ist echt scheiße. Unsere, sechs, sieben... Also, du holst mich auf jeden Fall ein. Ich hab immer noch neun. Ich geb die Quest aber nicht ab. Da warte ich bis wir beide wieder auf den leichten Stand. Sonst kommen wir zu weit auseinander. Ne? Zehn. Acht. Zumindest würde ich die Questfolge abschließen. Yay. Ich bin die Quest-Affil. Ach, du bist fertig? Ja. Dann würde ich sagen, auf die Spitze des Turms. Nachtwarten müssen wir doch. Ja, deshalb gehe ich auf die Spitze des Turms. Na, wohl. Ja, okay. Ich komm. Dann wird starten. Elder, Nachthalt, Experte. Ja, Experte. Ich blinke, ich blinke. Ich kann ja skillenfett machen. Ja, das ist mir auch kurz vorher eingefallen. Gibt das nichts Spannendes? Alter, der blöde... Das blöde Ehrlich hat mich durch den Baum durchgeschoben. Yay. Ey. Da, la, 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 la. Voll dranatische Musik, die gar nicht krass wird. Wir machen mitten in die Fresse rein. Nein, solche Musik darf ich nicht machen. Wir machen mitten auf die Fresse drauf. Dann mach deinen eigenen Parodien. Yay. Die darfst du dann verwenden. Ey, ich hab einen Bug gefunden. Was denn? Wenn ich ein Ehrlich angreife, während es zum Baum gehen will, ähm... Hat das etwa... Dann leuchtet das kurz schwarz. Oh. Dann sieht man hier die Hitbox. Yo. Wenn die Ehrlichter brennen, dann sieht man hier die Hitbox. Geil. Äh. Das tut so war er auch. Ja. Werden wir ja jetzt sehen. Oh. Yay. Guck doch, wenn ich ein Ehrlich angreife. Ich seh's, ich seh's. Okay. Wahrscheinlich wegen dem... Update und allem. Okay. Ja, es ist sowieso im Moment ziemlich buggy. Ich sag nur, ähm... Ich sag nur, äh... Phantom Schwer... Phantom Klinge. Ja, okay. Es ist auf koreanisch noch, ist es... Ist ja noch in Ordnung. Genau, ich fand... Ja, aber die war ja vorher... Die war ja vorher auf... Auf Deutsch. Ich mag die. Ich mag Licht. Und zwar ist das nämlich... Die Phantom Klinge vom Cornwell Ritter. Die ist, äh... Schon einmal auf Deutsch übersetzt worden. Aber jetzt ist sie wieder... Manchmal... Ich... Ich... Manchmal oder immer. Ich bin mir grad nicht sicher. Auf koreanisch. Gut, das werdet ihr nie hören, Weil, äh... Christian nie Sound anhat. Und wenn... Würden die es trotzdem nicht hören? Wir bräuchten mindestens einen Cornwell Ritter. Ja, irgendwann fangen wir an, Leute im Team zu haben. Okay. Wie schon gesagt, ich werde das... Nach dieser Aufnahme wieder in Twitter posten. Wenn wir aufnehmen. Oh, oh, er twittert. Er twittert. Tötet den Twitterer. Nein, Spaß. Nein, du willst fast die Hälfte von YouTube... YouTuber killen, weil ich Twitter nutzen. Ich weiß. Ich hab auch einen Twitter-Account, so ist nicht... Oh mein Gott! Du willst dich selbst töten. Ja, Selbstmord. Die letzte... Die letzte Lösung eines Führers. War nicht lustig, oder? Nee, eigentlich nicht, aber trotzdem. Was, aber trotzdem? Darf ich doch einfach sagen. Aber was trotzdem? Pokémon-Skühle. Sachlos. Ja. Ich hab grad erst 200 Stunden Spielzeit auf meiner Elb-Salon. Ja, und wen interessiert das? Ja, ich... Ich hol fast einen Kollegen auf. Der hat zwar nicht einen Pokémon 200 Spielstunden, aber ich hol ihn auf. Ich find den Cheat voll geil, ähm... Bei Pokémon maximale Spielzeit. Warum das? Weil er so unnötig eigentlich ist. So. Ja, warum bin ich oben? Weil du mir meinen Job klauen willst. Ach, ich will den Klassenwechsel haben. Ich auch. Obwohl's bei mir etwas schwieriger wäre, zu erkennen, auf was ich mich skille. Cool. Na ja, angesichts der Tatsache, dass du Frost-Deader heißt und es nur, es eine Klasse gibt, die Elementarmagierin heißt. Ja, stimmt. Wie schon gesagt, Kampfmagierin. Bei mir ist es etwas schwerer. Na, ich find, die kommt drauf an. Na ja, angesichts der Tatsache, dass ich das X01 erfolge hatte, kann das eh auch nur zufällig drin gelassen. Da sind wir auch wieder. Nach einem Absturz. Genau, nach einem kleinen Absturz auf den Seiten Christians. Ja, das war unglaublich. Das ist das erste... Na ja, gut, nicht das erste Mal. Ich bin jetzt dadurch, dass wir den Dungeon nochmal neu machen mussten. Level 10, wie Dennis. Dennis liegt 3% vor mir. Ein bisschen. Ja, und... Nach dem Dungeon ist doch die erste Aufnahmesession eigentlich um. Ja, mal gucken. Je nachdem, wie gemeckert wird. Nein, ich muss nach diesem Dungeon die Aufnahmesession beenden. Ach, du auch schon? Ja. Statt noch ewig weiter zu machen, nein. Ja, ich hätte gerne den Klassenwechsel noch heute geschafft. Ja, das wäre schön. Oder zumindest schon mal so weit, dass... Ach, Pokémon, oh, geil. Keine Musik. Geiles Spiel. Wir tun mal ein Let's Play. Pokémon X oder ist das Colosseum? Weiß ich nicht. Du weißt, dass du wieder nicht Türken brauchst. Pokémon Colosseum. Und jetzt kommt der erste richtige Bus. Nein. Es ist ein Bau. Jetzt so... Alle, die was voll Spektakuläres erwarten... Na gut. Wir haben gegen einen... Poro gekämpft und... Wir haben gegen Willard gekämpft. Wir haben gegen... ...einen... ...einen Typ mit einem Schwert gekämpft. Okay. Autsch. Guck mal, er kann Kettenfeuerball. Mein Gott. Er macht mir nach. Hier, Kettenfeuerball. Ähm. So. Ach, übrigens. Wir haben auch die Event... Event-Quests bekommen. Okay. Anfänger-Training, fortgeschrittenen-Training- und Experten-Training- Wobei die letzten beiden ziemlich unnötig sind. Und zwar müssen wir... Ohne Klassenwerk... Oh, ich hab den Titel der Leuchter erhalten. Der Leuchter der Nacht. No. Du nicht? Ich glaube nicht. Oder ich hab's überlesen. Gott, wir wollen... Ah. Ich hab ein S+. Ist ja... Okay. Ah, ein S+. Uns Plus und ein S+. Döööööö. Was macht denn Erleuchter danach? Magieattacke. Gut, dass ich auf Magieattacke spielen werde, waar? Okay. Okay. Eine... Eine Hose für Level 16. So, Anfänger-Training. Erstmal abschließen. Und... Und... Schuhe bekommen? Nachtwärr... Ach, jetzt bekommen auch noch das... Die Pads... Ja, aber wir sehen uns jetzt erst im nächsten Part. Ja. Bis dahin, tschüss. Oder in der nächsten Aufnahme-Session. Bis dahin, tschüss. Ciao, ciao.